Was sagt die Kringko-Empfehlung zur Prävention gefäßkatheter-assoziierter Infektionen? Die Erreger von gefäßkatheter-assoziierten Infektionen können im Wesentlichen über vier verschiedene Wege in die Blutbahn gelangen und so eine katheter-assoziierte Blutstrominfektion verursachen. Bei der Katheteranlage können Hautkeime und andere Erreger durch den Stichkanal in das Gefäß wandern und sich an der Katheteroberfläche anlagern. Zu einer extraluminären Keimbesiedlung an der Katheteroberfläche kommt es durch Erreger, die durch die Kathetereintrittsstelle wandern. Intraluminäre Besiedlung der Katheteroberfläche kann durch Erreger hervorgerufen werden, die vom Katheterhub ins Innere des Katheterlumens wandern. Erreger einer Infektion, die nicht vom Katheter ausgeht, können über die Blutbahn an der Katheteroberfläche anhaften. Das nennt sich auch hämatogene Streuung. Die Krinke-Empfehlung dient als Leitlinie zur Prävention, um die von Gefäßkathetern ausgehende Blutstrominfektion zu reduzieren. Zu Gefäßkathetern werden in der Krinke-Empfehlung zentralvenöse Katheter, also ZVKs, periphervenöse Verweilkanüren, im kurzen PVK und der arterielle Katheter, im kurzen PAK gezählt. Arterielle Gefäßkatheter dienen der Regel dem invasiven Monitoring des Kreislaufs und der arteriellen Blutgase und finden im außerklinischen Bereich keine Bedeutung. Daher geht es in diesem Kurs um ZVKs und PVK. Untertitelung des ZDF für funk, 2017